Ich liebe die Stille, ich liebe den Moment, ich liebe meine innere Ruhe und die Natur. Ich stehe mit beiden Beinen mitten im Leben. Und hier stehe ich nun und komme zur Ruhe. Während die anderen noch glücklich schlafen und zufrieden sind, ein Kohärenzgefühl haben oder in Kohärenz sind, weil sie ja nichts mitbekommen, bin ich schon unterwegs an dem Ort, den ich ganz besonders liebe.